Die Family of Men ist so gefasst, dass ein Porträt von der Menschheit, wie sich Edward Steichen in den 50er Jahren vorgestellt hat. Aber ich glaube so, dass man auch heute gesehen hat, dass sich Leute noch immer ganz stark damit identifizieren. Und es geht darum, für die Bräderlichkeit der ganzen Welt zu propagieren. Denn Edward Steichen ist effektiv von den großen Artisten, die hier im Land gesehen haben, die eine Landkarriere hat. Und ich glaube so, dass es wirklich die Diversität in seiner Karriere hat. Dadurch, dass man die Unerkennung von der UNESCO-Kruten hat, ein Dokument, das ja einzigartig ist, ob der Welt, was Meilen stehen an der Fotografie, Geschichte ist. Ich glaube, dass es speziell als Under Family of Men ist, wie Edward Steichen ein Mutterfoto geschafft hat. Weil es geht ihm nicht so darum, den ästhetischen Punkt vom Fotograf herauszuschaffen, sondern vielmehr für immer das Foto zu kommunizieren. Und er hat dafür ja auch ganz speziell, Billa, Donau herausgesicht, für eben kein Message zu vermitteln. Und ich glaube so, dass das etwas, was Leute heute auch nicht mehr so gewinnt sind, sie sind auch nicht mehr gewinnt, Billa so zu gucken, wie sie hier hängen können, weil das ja rekonstituiert dann aus der Mumme. Und das ist schon etwas, was immer noch die Qualität von Demolz behält. blockadrumspolitik Vielen Dank.